Ah! 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 Du, du! Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Hangelgames Runde. Mit dabei ist Tridatz und Rektol. Hallo ich bin Rektol. Ah ne? Hallo. Also ich bin Tridatz. Tridatz! Heißen die Biefel! Alter! Ich bin ein Hangar. Und ich bin ein Gegner. Wer darf in das Blaue Haus Play? Ja, laufe ich auch nicht. Oh, ich bin nicht. Darin kann einer nicht. Okay, Eisenhose, Goldstiefel. Läuft! Bei dir läuft definitiv. Und ein Stein schritt Spaß. Nein, das gibt es ja nicht. Ich zugleich aus. Warum? Was los? Ja, Penis halt. Ja, übel. Lol, was ist los? Ja, der Typ nervt mich da hinter mir ist. Müsst ihr hin? Ja, der kriegt aufs Maul, komm her. Hinter mir ist er! Okay, Holzschwert läuft. Ich hab alles was ich brauch. Ich hab für einen von euch noch ein Ding. Goldhelfer. Ja, verfolgt mich nicht mehr. Tridatz, wo bist du? Wo bist du Tridatz? Ähm, ich renne grad zu dieser Scheune da mit dem Traktor. Ja, okay, komm in deine Richtung. Ich hab für dich ein Schwert beim Stehen. Renn genau zurück. Was hast du denn für ein Schwert? Was hast du denn für ein Schwert? Stein und Tridatz und Holz. Ich hab eine Enderperle. Oh ja, danke Play. Ähm, geh mit der Scheune rauf. Oben zur Kiste. Na, ich geh hinterm Traktor erst mit der Kiste ab. Ja, geh ich rauf zur Scheune. Ja, jetzt musst du schauen, ob da ist niemand. Das ist nicht mal gut. Aber mittlerweile läuft's echt gut. Oh, die Kiste ist leer. Hier war schon einer. Okay, ich hab jetzt so nice stuff und so. Okay, Steinschweil wär noch nicht schlecht. Ich hab auch nice stuff eigentlich. Iron Boots läuft auf jeden Fall. Ja, klar. Ich hab eine Iron Hose. Was ist da los? Richtig bequem. Lol, irgendwie dachte ich immer, Rektor wär arrogant. Was? Keine Ahnung, ey. Ähm. Ja. Janos? Ja? Wo bist du? Oh, Steinschwert und... Lol. Guck mal, was ich alles hab. Eisenhose, Eisenschesspäck und ein Steinschwert. Okay, da unten ist mein Gekel. Ey, komm mal zum Richtung Teich da. Mit diesem einem Steg. Komm einfach mal Richtung Penis, dann läuft das. Äh, wo ist der hier denn? Ich hab keine Mini mehr. Ähm, nein, ich hab nicht nur gegangen. Warte. Ich komme zum Teich. Warte. Warte. Wo war denn hier nochmal die Kiste? Ähm, eine Miste, Kiste. Oder ist die Kiste? Es rastet in der Kiste. Rektor war beteiligt. Ja. Rektor. Hä, Dreckdoll. Da ist ein Gegner. Ja. Play, wo bist denn du? Ja, warte. Da ist einer. Ja, wo? Okay, ich hab ein Steinschwert. Nice. Alles was ich brauche. Nice, nice, nice. Endlich wieder ein Kill. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ähm, ich komm jetzt zum Teich. Ähm. Alles klar. Alles klar. Ich bin da nämlich grad auch. Ne? Tiger? Yolo? Schwagerboy. Nein, Schwagerboy. Schwagerboy. Du bist bei Yolo Schwagerboy. Ähm, Yolo. Yolo. Wow. Wo? Wo bin ich? Alter, ich hab sogar zwei Steinschwerte. Alter. Ja, ich find dich nicht toll. Was? Ich bin jetzt beim Fluss. Also, ich bin jetzt gleich bei den Gleisen. Also, ich hab von... Bei den Gleisen bist du? Nein! Okay, ich bin hinter dir. Ich seh dich. Ich bin froh. Oh. Nein. Nein. Hast du noch vielleicht irgendwie Rüstung für mich oder so? Ähm, ich hab Goldschuhe. Aber... Ich hatte zwei Steinschmer. Warte, warte, warte. Ich hab noch was. Danke. Bitte. Weil... Steinschmer. Aber du hast den Grund ausgerüstet, ne? Mhm. Dann hab ich gesagt, die laufen jetzt Richtung Stadt. Mhm. Darum ist die Kiste auf dem Stromabnehmer. Siehst du da? Oh. Jaja. Auf der Oberleid. Oh. Da sind zwei Gegner. Oh, da sind drei. Oh. Ich bin mit der Eisenrüstung. Der ist genau auf meinem Niveau. Oh. Eko, er reitet sich das direkt zwei Leute hinter dem Sinn, ne? Ach so, der hat eh nur Kettenrüstung. Was nun? Nice. 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 Hast du dich mit einer Endropelle vorteleportiert? Ja. Hab ich. Okay. Ich laufe weiter, ja. Vielleicht gar nicht den Weg abschneiden. Ich schau mal die ganze Zeit. Oh, ich hab den getroffen, aber irgendwie hat er nichts genommen. Was gut? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich laufe. Ich versuche den Weg abzuschneiden. Nice. Schade. Ah. Jetzt verkackter. Ja. Oh, mein Rennen leckt's. Was macht er denn? Er will in den Hangar rein? Ne, dann. Oh, guck mal, da ist noch einer. Segel wird dir. Der mit dem Holzschwell. Ach, sie? Nice, ey. Die Runde läuft. Auf jeden Fall. Hm. Nein! Hä? Lol. Lol. Ey, ich schäcke da... Ey, was hat der denn an, bitte? Wenn du das siehst, du bist ein Uhre und so. okay das war nix der junge wie pussyhaft er zieht sich um und haut damit seinen minderwertigen jugendlichen schwert der lasst mal bitte im mini-games er war eine rechte neu was los was los ich glaube er freut sich jetzt irgendwie gewonnen oder so ja dann auch dran Leute tschau tschau